So, wie es sich auch gehört, brauchen wir in einem Fröser-Salon nicht nur einen Stylisten und einen Rezept-Sylisten, sondern wir brauchen auch eine Klischee-Frisöse, eine sogenannte Klischöse. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir ein innerlicher Reichsparteitag, Ihnen meine Klischöse auf einem Salon im BKA vorstellen zu dürfen. Einen riesen Applaus für die sagenhafte Selbe-Belle, die Michelle Hunziker aus dem BKA. Herzlich willkommen, Jorelsika Parker! Erstmal willkommen! Ehm, Jessica? Ja? Deine Veranstaltung ist im Morgen. Das ist jetzt irgendwie nur ein bisschen, das ist nicht deine, die Moderationskarten sind eigentlich auch meine. Aber das ist mein Schreibtisch! Ja! Das ist mein Theater! Das ist sogar mein Telefon! Ja! Was wollt ihr schon gerne machen? Danke! Ähm, geh also ins Publikum und mach uns die Hunziker! Mach Außenmoderation! Jessica Parker, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja! 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 Ja!